Servus liebe Community, Hallöchen und willkommen zum nächsten kleinen Server-Info-Video, kleiner Vlog auf jeden Fall. Schön, dass ihr dabei seid. Und zwar geht es heute ums Event-Management-Team, um das komplett neue Konzept mit einer hoffentlich bald mal funktionierenden Akte für die Event-Leitung und natürlich auch die Mitarbeiter. Das Ganze kommt euch vielleicht vom letzten Video, nämlich von der Akte vom Community-Manager bekannt vor. Ich habe das einfach mehr oder weniger übernommen und einfach dann, wie gesagt, angepasst. Es geht heute ums Event-Management, also für die Leute, beziehungsweise um die Leute, die für eure Unterhaltung zuständig sind, nämlich bestenfalls jeden Sonntag mit aufwendigen, tollen und schön geplanten Events, an denen unsere Spieler, also in dem Fall du und deine Freunde, sehr, sehr viel Spaß haben werdet. Hier im Dashboard jetzt auf der ersten Seite, ich stelle euch das nämlich jetzt gerade kurz mal vor, finden wir hier den Reiter aktueller Event-Team-Leiter. Da würde dann der Name stehen des neuen Leiters und natürlich eine kleine Liste mit den jeweiligen Mitarbeitern, die aktuell mit dabei sind. Dann haben wir hier das Dashboard. In dieses Dashboard, da kann zum Beispiel die Event-Leitung oder eben auch zuständige Leute, die halt die Event-Leitung festlegt, dann Events reinschreiben, die halt irgendwann mal so geplant sind. Das bedeutet, Datum und wer das in Auftrag gegeben hat, dann ist hier dann quasi so eine kurze Beschreibung, vielleicht auch ein paar Screenshots oder was auch immer man vorbereitet hat. Und dann hier eben der Status, zum Beispiel, wenn es nur nicht bearbeitet ist, wieder offen erledigt, wenn es komplett fertig geplant ist und in Arbeit, wenn es in Arbeit ist, logischerweise. Dann kommen wir auch direkt zur Planungstabelle, nämlich hier genau an der Stelle kann man die Events dann sehr, sehr präzise und sehr, sehr genau planen, nämlich hier mit einem offiziellen Event-Namen und dem Datum, an welchem dieses Event stattfinden soll. Hier gibt es dann wieder die Kategorien, wie wichtig dieses Event ist und wie wichtig es ist, jetzt gerade in diesem Moment dran zu arbeiten. Es kann ja zum Beispiel sein, wenn das Event fast fertig ist und vielleicht erst in einem halben Jahr stattfinden soll, dann könnte man hier Tertiär zum Beispiel mit eintragen. Wenn es jetzt ganz wichtig ist, dass die letzten Vorbereitungen getroffen werden, dann wäre das natürlich vom Status her primär. Dann haben wir hier eine kurze Beschreibung des Events und hier den Status bedeutet, wie weit es halt ist. Es ist in Arbeit erledigt oder eben offen, dann müsste das halt noch jemand übernehmen. Im Protokoll wird dann im Endeffekt alles eingetragen. Das ist nur ein kleiner Reiter hier. Da kann man halt zum Beispiel ein anderes Google Docs Dokument mit allen Informationen dann einfach mit eintragen als Link, auf den dann die Leute zugreifen können mit den letzten Planungen, mit dem Handlungsablauf, was es zu gewinnen gibt, wer da teilnehmen kann und so weiter und so fort. Und natürlich auch, welche Mitarbeiter wir brauchen, ob das Support-Team gebraucht wird, die Developer, der Admin oder ob Polizei und Fahrer benötigt sind, einfach um das Event abzurunden zum Beispiel. Da würde man das dann mit reinschreiben und dann auch den Ausgang des Events. Bedeutet, die Gewinner werden hier dann zum Beispiel festgehalten, einfach um das nochmal schriftlich da zu haben. Zusatzplanung. Ich weiß jetzt nicht genau, wofür. Ach ja, hier, ich habe es sogar schon reingeschrieben. Entschuldige bitte. Hier steht jetzt, wie viele Eventplaner sind involviert. Namen eintragen ins Protokoll. Das kann man, wenn man es für irgendwas anderes benötigt, dann auch nochmal umändern. Also zum Beispiel Woche 1 des Monats soll das stattfinden wieder. Oder eben, wie ich es hier jetzt als erstes jetzt mal geplant habe, wie viele Eventleute werden überhaupt für dieses Event, das hier drüben steht und hier dann kurz beschrieben ist, da eben benötigt. Also sprich drei, also es sind drei Leute, werden hier ins Protokoll mit reingeschrieben und man weiß genau, okay, das ist ein bisschen aufwendiger, hat halt quasi den Status 3 mit drei Leuten. Oder es ist ein sehr einfaches Event, wo man jetzt nicht viel braucht. Also das sind lauter Kleinigkeiten, die dann die Eventmanager und natürlich in erster Linie der Eventleiter hier nochmal einstellen können. Einfach um ein bisschen Ordnung und ein bisschen, ja, Sinnhaftigkeit in das ganze Konzept des Eventmanagement-Teams zu bringen. Bei den Regelungen gibt es relativ wenig. Ich lese es euch mal vor für die Faulen, nämlich die Grundregelungen. Event-Team-Mitglieder werden direkt vom Eventleiter eingestellt und eingearbeitet. Der Eventleiter wird von der Administration oder seinem Vertreter bestimmt. Events auf michekordes.de beziehen sich primär auf unseren AMA3 Roleplay-Server und sollten in maximalen Abständen von zwei Wochen immer an Sonntagen zwischen 20 und 20.30 Uhr stattfinden. Also da sollen die losgehen, logischerweise. Events werden immer mit der Administration abgesprochen, Werbung wird auf sozialen Medien geschalten und der Hauptstream dient das Unterhaltungs- und Übertragungsmedium. Maximal alle zwei Wochen. Schön wäre es natürlich jede Woche. Das kommt aber natürlich auch darauf an, wie viele Mitarbeiter man in dem Team hat, um das überhaupt realisieren zu können. Das ist schon klar. Dann die Weisungsbefugnis wie immer. Event-Planer unterstehen in erster Linie der Administration oder seinem Vertreter. Ferner stehen sie in enger Zusammenarbeit mit dem Community-Manager, welcher gegebenenfalls Event-Vorschläge an die Event-Leitung direkt von der Community weiterleiten kann. Event-Planer haben keinerlei Weisungsbefugnis. Die Leitung hingegen kann Einträge im Dashboard des Community-Managers verfassen und gegebenenfalls Aufgaben verteilen. Dann kommen wir zur Planung. Also nochmal die Grundsätze, wie das dann geregelt ist. Bei der Planung von Events steht im Vordergrund abwechslungsreich und interessante Events für die Community zu schaffen, welche durchaus auch längere Zeit an Planung in Anspruch nehmen können. Dabei muss Rücksicht auf Fraktionen genommen werden, zum Beispiel Anzahl an eingewiesenen Fahrermitarbeitern, Sicherheit durch Polizei etc. Zudem ist festzuhalten, dass Events, welche durch die Administration in 5 Minuten geplant werden können, kein Aufgabengebiet der Event-Manager sind. Dazu zählen schlichte Schieß-Events, Belagerungs-Events, Escort the President, Waffentransport etc. Bei der Planung von Events gilt es, alle Details ordnungsgemäß in die Planungstabelle einzufügen und nötige Informationen bereitzustellen. Events können von einer oder von mehreren Personen geplant werden. Die Aufsicht und Verantwortung darüber trägt der Event-Team leider. Als kleiner Nachtrag jetzt noch. Es ist so, dass die letzten Events, die so auf michelkortes.de stattgefunden haben, leider eher Events waren, die ich auch hätte selber planen können. Und für sowas brauche ich dann keine Leute, die Event-Manager sind. Denn so ein Waffentransport muss so oder so ich vorbereiten, weil nur ich eben Waffen cheaten kann quasi und Munition und Ausrüstung und was nicht alles. Und dafür braucht man diese Leute nicht. Was ich hier plane und was ich gerne sehen würde, ist einfach ein Team, welches anständig zusammenarbeiten kann und wirklich mal etwas Aufwendigeres schaffen kann, als Sachen, die in einer halben Stunde abgearbeitet sind und nicht länger eine Planung benötigen als fünf Minuten und ein paar Thumbnails auf Facebook und auf Twitch. Das ist das, was wir wollen. Wenn ihr also Interesse daran habt, am... Hier steht sogar Community-Manager-Regelung. Eieieieieiei. Event-Manager-Regelung. Alter, ich bin echt... Ich bin faul, ne? Wenn ihr also Bock drauf habt, euch dem Team anzuschließen und für die Unterhaltung auf michelkortes.de zuständig sein wollt, egal ob als Leiter oder einfach nur als Mitglied des Event-Teams, dann bewerbt euch doch gerne auf michelkortes.de und dann geht ihr oben auf den Reiter Teambewerbung. Da schreibt ihr einfach kurz euer Interesse, vielleicht wo ihr das schon mal gemacht habt, welche Erfahrungen ihr gesammelt habt und welche Ideen ihr auch habt. Das ist ganz wichtig. Schreibt eure Ideen rein und natürlich, wie viel Zeit ihr mitbringen könnt und dass ihr da ganz, ganz viel Bock drauf habt. Denn wir haben da auch Bock drauf und würden uns sehr über ein neues Event-Team freuen, über neue Leute, die ein bisschen Schwung auf unseren Server jeden Sonntag oder spätestens jeden zweiten Sonntag bringen. In diesem Sinne, Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Jetzt lasst einen dicken Daumen da für unser neues Event-Team, das hoffentlich bald am Start ist. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, schönen Start in den Tag. Hab gerade 7.07 Uhr auf der Uhr, also weißt du selber, ich wünsche euch einen schönen Morgen. Lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf und bis heute Abend, 20 Uhr im Stream. In diesem Sinne, haut rein und tschüssi! In diesem Sinne, haut rein und tschüssi!